Let's play, also ich werde jetzt wahrscheinlich dann offline alles machen. Keine Ahnung. Ich spring jetzt runter da. Meine Fresse. Scheint, darf ich hier nicht so blöd rumjumpen. So, da gibt es irgendwas Nettes zu holen oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dieses Hinkelbein hier bedeutet. Wir schauen einfach mal. Die Klunker im Zentralbezirk finden. Jetzt noch einmal nach Seite. Großes Scheißteil. Halt, da ist etwas. Den muss ich mir packen. Den muss ich mir packen. Ja gut, das war jetzt eigentlich nicht mein... Das war jetzt nicht so mein... Das war jetzt nicht so mein Streben in der Art und Weise, den zu töten. Ich wollte eigentlich nur aufhalten. Aber das haben wir ja gleich erledigt wieder. Einfach hier diesen Steckbrief hier. Wo machen wir denn? So, jetzt gibt es wieder Ruhe. Die einmal nach Seite. Komm her, scheiß einmal nach Seite. Wo ist er denn? Da ist er. Hopp. Hab dich. So, gibt es noch was in der Nähe? Oh. Alter Schwede. So viel Eimer nach Seiten. Hinkersbein, äh, Hinkersbein, Klunker. Na, wir machen einfach mal das hier. Irgendwer sucht hier anscheinend hier. Na. Gehen wir mal da hin. Haben wir irgendwo... ein Pferd oder sowas. Pferd wäre jetzt super. Ja, da laufen wir die 400 Meter. Scheiße, ja nicht. Ja, ah, Pferd. Aufsitzen. Die Kuchen macht mu. Mühteich. Okay, das ist jetzt was Besonderes. Einmal nach Seite. Die muss ich mir holen. Und das Momentus Pferd aus. Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Hab dich. Wir müssen hier lang. Black and Heath. Okay, weiß Bescheid. Danke. Ja, mach doch Platz, du blödes Vieh. Oha. Haben wir unter welcher Gewalt steht das denn jetzt? Nun, Franzosen, Spanier, unter deiner Mutter. Dreckskürt. Dreckskürt schon wieder. Oha. Dreckskürt schon wieder. Na super. Ah, das ist schon wieder ein Mal nach Seite. Das ist ein Hafenmeister. Auch schön. Alles Einmal nach Seite. Dann werden wir uns gleich auch nochmal diese Schätze hier holen, würde ich sagen. Und dann werden wir uns, also wir werden jetzt noch diese Einmal nach Seite, dann wollen wir uns die Schätze ab und dann würde ich sagen, geht es hier zurück. Halt. Bzw. Jetzt hoch hier. Hopp, hopp, hopp. Da bist du ja. Super, flieg in meine Arme. Sie fliegte in meinen Armen. Ich kann das nicht ertragen. Das war ja allerletztes Wort oder Satz, keine Ahnung. Dazu brauche ich eigentlich die Einmal nach Seite. Was soll doch dieser? Was ist? Nichts passiert. So, wo ist mein Pferd? Da bist du ja. Mein Kollege. Wollen wir mal... Mal Platz da. Es ist ein scheiß Pferd hier. Ihr müsst ausweichen, nicht ihr. Äh, nicht ich. Ich habe eine Peststärke. Einer, willst du stressen? Ja, mein Pferd mag ich auch nicht. Was ist das? Auf die Gesell. Alltäglich in drei. Warum tut ihr? Ihr könnt keinen Schritt weiter ohne... Halt. Ich höre nur einmal nach Seite. Bleib stehen. Ja, Whisky vor allem. Was willst du jetzt hier, Chico? Na, ist weg. Hey. Arschloch. Ich wollte dich sowieso nicht haben. Einmal nach Seite. Jump. Nichts passiert. Komm, mit Pferd. Pferdchen. Ich nenne die Jolly Jumper. Ich bin meine anderen fünf Pferder auch. Heya. Auf wollen. So, wo haben wir das denn jetzt? Ja. Verkehrsraudi. So, hier nochmal rüber. Kommen wir jetzt dem Scheißknall jetzt mal langsamer näher. Bist du ein Wachhund? Hast du was dagegen, wenn ich jetzt mal kurz hier... Schloss knacke? Ah, geh auf, du Blödscheil! Ich krieg's nicht. Ja, jetzt halte ich's gerade. Stopp, stopp, stopp. Stirb, Schloss, stirb! Stopp, Schloss! Spiritosen, Hustmedizin, Steppdecken, edle Möbel, Hasenpfeffer, Spielkarten. Hustensirup, Perücken, Fackeln, Bäranhänger und 1250 Dollar. Ja, da haben wir aber nice was geklaut hier, Alter. Nicht schlecht. Dann gehen wir nochmal hier, ne? Ah, Platz da, Uni. Das ist ja erzgemacht. Ah, da nix mehr hier zu... ...beschützen und deswegen haut er jetzt ab. Ist klar. Ist für einen schlechten Job getan. Bist gefeuert. Blöder Hund. So, ist ja mal jetzt nicht so weit weg hier. Ja, ich hab Nerven. Aus Starr, Alter. Spoon-Starr. Ich werd nur gestresst, wenn scheiß Amis nicht sterben. Langsam. Langsam. Ich hab ja Probleme. Das ist, äh, die Kinder lachen nicht aus. Vollidiot. Morgen. Wie bitte, wat? Oh, shit. Ja, das dachte ich mir auch gerade, Jolly Jumper. Wie steht das, wenn ich mich hier lang bewege? Ah, ich bin ja nicht kognito. Anscheinend haben die kein Problem damit, wenn ich hier rumtummel. Rumtummel. Komm, wir klacken erschlossen mal direkt vor deren Augen. Ja, das ist ne Idee. Schon offen. Oh, ein Schwert. Und sieh mal 50. Ja, nice. Okay, Pferdchen. Soll ich mir mal kurz gucken hier? Ähm, wo find ich nochmal alles? Äh, nein. Hier muss ich gucken, ne? Äh. Äh. Wurfpfeil. Wurfpfeil. Fallen. Bogen. Ja, aber wo find ich mir ist das? Die Schwert. Ich hab da ein... Schwert bekommen. Oh. Oh, hmm. Der Gerät. Aber ich habe keinen Schwert. Na, komm. Was denn? Ja, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwo Schätze hier rumflattern? Ah, nur die Eimer nach Seiten. Die interessieren mich jetzt auch mal gerade ein bisschen wenig. Ja, Schnellreise. War langsam mit meinem Mund ein bisschen pappig. Ich bin es halt nicht so gewohnt. Weißt, ich nehme mal nur eineinhalb Stunden auf. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 15. Ich muss das irgendwie mal ein bisschen öfters machen. Na, ein bisschen trainieren. Meine. So, ich muss jetzt hierzu äh Davenport-Siedlung bestätigen. Machen wir es mal mit der Schnellreise-Funktion jetzt. Das andere würde zu lange dauern. Ja, das dachte ich mir auch gerade, Tico. Ja, ich weiß. Hingebein ist krünker. Ist er jetzt nicht allzu weit entfernt. Also düllen wir einfach mal dahin. Na, Tico? Ja, bin ich auch der Meinung. Weißt du, wegen dir wirkt es nicht mal professionell, das Let's Play. Du bist schuld. Scheiß Vieh, Alter. Ich muss ihn ausnehmen. Du noch hinterher. Gibt's ja wohl nicht. Tricks-Köter. Munition. Wolf. Wieso habe ich denn von einem Wolf Munition bekommen? Da haben wir in jeden Fall eines. Öffnen. Die Klunker in der Siedlung finden. Habe ich gemacht. Ja, kein Problem. Kann ich eigentlich jetzt noch häuten oder nicht? Häuten kann ich doch. Wolfspelz halten. Muss nochmal mal einen Wolfsfänger halten. Wuppidu. Wolfspelz. Und Wolfsfänger. Das ist direkt vor dem Haus hier. Das gibt's gar nicht. Kann ich eigentlich rein? Nein, kann ich nicht. Aua. Langsam tun mir die Ohren von dem scheiß Kopf her irgendwie. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world and I'm coming home. Ach, die Scheiße. Vielleicht hier wenigstens irgendwo ein Pferd oder sowas. Ohr, ne Katze. Je nachdem. Pfff. 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 Das hat nichts Besseres zu tun, Alter. Daraus kann ich auch nicht erinnern. Ne, ne. Ich muss schon einmal rumlaufen. Was war das? Ach so. Meine Katze war das. Dummes Vieh. Das muss immer miauen, wenn ich das Let's Play aufnehme. Selbst wenn ich den hier zu fressen gegeben habe. Miau. Hört man trotzdem raus. So, hast du auch noch mal ein Pferd hier für mich, Kollege? Hopp. Warte mal.